Hallo Leute, willkommen zurück beim FC Grants. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir switchen heute auf unser französisches Team, denn die Bundesliga-Leute müssen sich jetzt mal ein bisschen ausruhen und ich muss hier noch ein paar Leute austauschen, zum Beispiel der Diagne. Der wird ausgetauscht mit unserem lieben Louis Gustavo meinetwegen und für Höger kommt natürlich der Jerome hier auch auf die Bank. So, ja doch, ich glaube das passt. Alles klar, damit hätten wir das erledigt. Wir spielen mit diesem Team, denn die anderen müssen sich ausruhen, habe ich glaube ich eben schon gesagt. Wir haben bisher noch gar nicht gewonnen in dieser Liga und das nervt mich doch schon extrem. Ich hoffe mal, dass wir jetzt vielleicht mehr Glück haben. Oh, da haben wir aber schnell einen Gegner gefunden diesmal. Also ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben. Ein 80er, also die nehmen sich jetzt alle nichts von der Stärke her. Oh, der hat auch ein Bundesliga-Team. Weidenfehler im Tor. Das wirst du bereuen. Oh, Sidney Sam. Falls Sidney Sam ein Tor macht, das hat er in Hamburg gelernt. So viel steht schon mal fest. So, okay Leute, legen wir los. Ich bin gespannt, was unser Gegner drauf hat und ich bin gespannt, wie wir uns hier in dieser Liga schlagen werden. Bisher sieht das alles nicht so rosig aus. Also zumindest würde ich ja eigentlich gerne die Klasse halten. Das sollte doch eigentlich drin sein, oder? Jetzt lauf doch mal da vorne. Nein, ey, Terro. Also die Klasse halten müsste eigentlich drin sein, hoffe ich mal. Das würde mich doch sehr ärgern, wenn wir absteigen würden wieder in die niedrigere Liga. Aber irgendwann wird das der Fall sein, weil, ist ja logisch, die Leute, die hier schon ein bisschen was länger FIFA spielen, die sind wahrscheinlich auch einfach nur mal besser als ich und dementsprechend werde ich dann irgendwann aus der Liga rausfliegen. Ja, was wird das denn jetzt? Nicht anhalten, nur weil du da bedrängt wärst. Was ist das denn für eine Arbeitseinstellung, ey? Na, her damit. Unten, unten und in der Mitte stehen sie jetzt alle und warten darauf, dass sie einlochen können. In der achten Minute, Terro, mit dem 1 zu 0. Schönes Ding, mein lieber Freund. Da freue ich mich, dass ich wieder 1 zu 0 führe, aber beim letzten Mal haben wir auch 1 zu 0 geführt und haben dann noch eine böse Klatsche bekommen. Naja, was heißt Klatsche? 2 zu 1 verloren, das ist jetzt keine Klatsche. Aber das ist unnötig gewesen in meinen Augen. So, so, oben läuft er. Und jetzt ist in der Mitte wieder Terro mitgegangen, den ich jetzt gerne bedienen würde. Und das ist das 2 zu 0 durch Valbuena in der zehnten Spielminute. Wie geil ist das denn, Leute? Das schaue ich mir aber nochmal an. Zack, besser ging's ja gar nicht. Also, das ging jetzt da Schlag auf Schlag. Egal, wir bleiben am Ball. Der FC Grants, der geht niemals in die Defensive. Das zeichnet ihn aus. Es ist ein Kämpferverein, der immer mehr Tore will, als er schon hat. So, und jetzt, wenn du vorne jetzt läufst, dann hast du direkt hier wieder die Chance, noch ein Tor zu machen. Wie geil wäre das denn, bitteschön. Das ist doch nicht wahr, schießt er daneben. Oh Mann, aber da hätte mein Gegner bestimmt sonst ein Ragequit gemacht. So wie die in letzter Zeit immer Ragequitten. Okay, also, wir haben die Zeichen jetzt gut gesetzt, dass wir hier vielleicht den ersten Sieg in dieser Liga nach Hause fahren können. Aber, wie gesagt, das Spiel ist ja noch jung. Wir sind hier gerade mal in der 13. Spielminute. Nur wenn wir jetzt hier zu 2 zu 0 führen, heißt das ja noch lange nichts. Ich werde mal... Oh, einen Distanzschuss wagen. Das war aber nicht so wirklich was. Jetzt spielt er auch noch zum Keeper zurück. Alter, wenn das jetzt wieder so ein Fail-Ding gewesen wäre, das wäre so herrlich gewesen. Aber ich glaube, bei ihm brennt auch jetzt die Hütte so ein bisschen. Ich glaube, der macht sich schon mega Gedanken. Scheiße, was ist jetzt hier los? Ich liege 2 zu 0 hinten und das Spiel hat noch gar nicht richtig begonnen. So, oh, 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 oh. Ja, komm, du musst abspielen. Du musst abspielen, aber du könntest einfach mal abziehen. Unten ist da keiner mehr. Nein, leider nicht. Aber ein Wurf. Und das ist hier echt krass. Die Hütte brennt hier kurz vor seinem Strafraum. Ah, da kommt er doch noch wieder an den Ball. Und jetzt müsste die Flanke... Nein, okay, Ecke. Immerhin Ecke. Und Ecken können gefährlich sein. Das wissen wir ja alle. So, wie ziehen wir die rein? Die würde ich nach da hinten gerne spielen. Und der Torwart geht aber sehr weit nach draußen. Okay, und jetzt könnte er theoretisch hier die Chance haben zu einem Konter. Zack, dem grätschen wir ihn aber weg. Okay, da kommt aber jemand nachgerückt. So, oben. Aufpassen, dass er jetzt hier nicht durchgeht. Ja, den haben wir. Ey, was ist das denn hier wieder für ein Rumgeschubse? So eine Scheiße, ganz ehrlich. Weg damit. Okay, zack. Na, daneben gejumpert. Aber jetzt kommen sie... Nein, kommen sie nicht. Weil ich jetzt wieder einen Fehlpass spiele. So, okay. Ah, kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Aber der kriegt den. Okay, einfach mal wegkloppen. Dass wir hier ein bisschen Ruhe reinkriegen. Der wird nach unten spielen, oder? Nee, okay, jetzt nicht mehr ist ja logisch, weil ich da jetzt hingerannt bin. Aber er spielt wirklich sehr, sehr komisch manchmal. Und nein, da hat er mich da oben festgehalten. So ein Assi. Aber ich glaube, wir haben ihn schon ganz gut unter Druck. Also ich glaube, der... Ah, ich will nie zu viel sagen. Weil ich dann mir meistens dann auf einmal ein Ding fange. Das war bisher oft so. Ja, abseits. Schwein gehabt. Okay, okay, okay. Aber da sieht man es mal wieder, wie schnell zwei Tore reingehen, wenn man Weidenfehler im Tor hat. So eine Flachpfeife, ey. Dass Dortmund sich nicht mal einen vernünftigen Keeper holen kann, ne? Adler, los, los. Ja, schönes Ding. Gut gemacht, mein Lieber. Gut gemacht. Der René. Der hält hier den... Wow, den 2 zu 0 Vorsprung fest. Und jetzt vorne. Ja, und... Nein, nein, nein. Du spielst nicht ab. Warum? Das war nie und immer abseits. Der andere wollte doch zum Ball... Guck mal da oben hin. Seht ihr den da oben? Der wollte zum Ball rennen, nicht der da unten. Was für eine Scheiße ist das denn? Lächerlich. FIFA, fick dich, ey. Das gibt's ja wohl nicht, Alter. Das ist jetzt echt schlecht gewesen. Richtig schlecht programmiert. Tut mir leid, aber ist so. Da kann man auch noch so ein FIFA-Fanboy sein, wie man will. Okay, das war nicht so gut von ihm. Das war einfach nur Kacke programmiert gerade. Der Spieler war ja noch nicht mal am Ball. Was soll die Kacke, ey? So, okay. Jetzt müssten wir aber mal ein bisschen wieder nach vorne spielen, oder? Wir haben so schön angefangen. Das würde ich jetzt ungern eigentlich schleifen lassen wollen. Vor allem, wenn er mich jetzt hier wieder so einlädt praktisch. Und da kommt die Flanke zu weit. Leider zu weit gekommen, okay. Egal. Wir haben schon zwei sehr schöne Flanken gespielt, die ihr Weg ins Tor gefunden haben. Dementsprechend werde ich mich jetzt garantiert nicht beschweren. Und wieder über die Außenseite. Wow. Da verliert er ja echt böse den Ball. Alter. Na, komm. Musste haben, musste haben. Und spiel runter. Jo. Sehr gut. Sehr gut. Lauf doch da vorne. Oh, ganz oben könnte mal jemand laufen. Ja, sehr schön. So wechselt man die Seiten. Und vielleicht bringt es ja was. Ja, das ist das 3 zu 0 durch Terro in der 42. Spielminute. Das 3 zu 0. Sehr schöne Flanke. Das ist doch nicht wahr, dass ich hier mit diesem französischen Team momentan besser spiele als mit dem Bundesliga-Team. Obwohl mir das Bundesliga-Team mehr Spaß macht. Aber vielleicht ändert sich das jetzt ja. Wenn ich so viele Tore hier schieße, dann muss ich wohl öfter mit dem Team hier spielen. Oh, das war aber abseits, oder? Nein, war nicht. Aber da hat unser Verteidiger aufgepasst. Zum Glück. Wow. Wow. Leute. Nur weil wir jetzt führen. Ihr wisst, was ich davon halte, hier zu schlafen, ne? Es wird immer weiter gespielt. Immer weiter, immer weiter. Ruf hier. Kloppt das Ding nach vorne, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Und dann sorgen wir dafür, wow, dass er hier nicht durchkommt. Oh, doch. Da kommt er aber durch und zwar ziemlich leicht sogar. Deswegen kloppen wir mal eben den Ball einfach weg. Und wenn ihr da vorne jetzt Gas gebt. Nein, leider nicht. Leider nicht schnell genug. Es sei denn, ah, da hat er fast noch den Ball bekommen. Das wäre es wieder gewesen. Ja, das habe ich kommen sehen, dass er so spielt. Das war auch nicht so überraschend jetzt. Oh Mann, immer wenn ich im Angriff bin. Egal. 3 zu 0 Führung. Da mache ich mir keine Gedanken. Also, meine lieben Freunde. Vielleicht wendet sich das Blatt jetzt ja ein bisschen. Und vielleicht sieht da jetzt unser Spiel auch besser aus hier in der Liga. So, wollen wir mal gucken, was Valbuena kann. Was wollen wir doch mal schauen. Wollen wir doch mal schauen. Ah, nee. Also, ich dremel mich da immer ganz gut mal am Anfang durch. Allerdings ist der Abschluss immer total bescheuert. Weil den knalle ich dann einfach immer in irgendeinen Verteidiger rein. Und das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Ah, der Pass kam sogar noch an. Den hat er aber jetzt sehr optimistisch gespielt. Der kommt aber trotzdem auch an. Oh, wow, wow. Und weg damit. Weg damit. So, wo willst du hinspielen? Nach unten. Okay. Warum auch immer du nach unten spielst. So, jetzt können wir das Spiel aber mal wieder schnell machen. Und, ah, oben. Warum läuft der da oben denn nicht weiter? So, du gehst mal bitte nach oben. Du gehst nach oben. Hallo, ich will eine Flanke spielen. Ich muss da Anspielstation haben. Und, oh. Okay, aber unser Spieler kommt an den Ball. Ja, habe ich schon kommen sehen. Jetzt ganz nach da in die Mitte einfach mal. Freistoß für mich? Nee. Was? Skandal shouted someone. Das war jetzt aber... Mann. Ich würde gerne noch mal ein 4-0 machen. Für die ganzen Spiele, wo ich jetzt so schlecht gespielt habe. Möchte ich doch mal wieder entschädigt werden, oder nicht? Habe ich mir auch mal verdient. Wieder ein Erfolgserlebnis. Zumindest ein kleines. Aber hey. Ja, sehr schön. So, wow, wow, wow. Wie wäre es, wenn ihr da jetzt mal hingeht und einfach den Ball dann nach vorne spielt, damit wir jetzt den Angriff anleiten können. Einleiten natürlich, nicht anleiten. So drüben. Was ist da drüben? Nee. Nach ganz drüben solltest du eigentlich spielen, mein Lieber. Komm schon. Behaupte den Ball. Behaupte den Ball weiter. Ah, shit. Da habe ich gedacht. Da habe ich gedacht, der spielt ein bisschen früher ab. So, wow, wow, wow. Da hat er mir aber jetzt den Ball geklaut. Das war nicht so gut. Aber, ah, den Ball, den wird, der wird sein Ziel nicht finden. Wow. Ruffier, schönes Ding. Das 3 zu 0 bleibt erstmal bestehen. Mal schauen, wie es nach der Ecke aussieht. Ruffier. Nein. Was macht Ruffier denn da? Wenn der Torwart rausgeht, muss er ihn haben. Und Badstuber. Oh, dieser alte Bauer. Gerade der macht das Tor. Na gut, okay. 3 zu 0. Das ist jetzt noch zu verschmerzen. Was ist das denn? Ihr wollt mir erzählen, dass das kein Foul war? Jetzt werde ich hier gleich wieder sauer. Ich hasse das, wenn man meine Spieler so will. Bespringt, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das hätte sich ganz falsch angehört. Weg damit. Ey, wenn das jetzt das 2 zu 3 gewesen wäre, dann wäre es aber krass gewesen. Aber 1 zu 3. Leute, komm, jetzt mal wieder ein bisschen in Angriff gehen. Wie wäre es? Wir haben so schön angefangen. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass der jetzt auf einmal sich so gefestigt hat. Tut mir leid, aber da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran. So, den müsste er bekommen. Nein, natürlich nicht. Warum sollte er auch? Und jetzt spielen wir mal schnell nach vorne. So, lauf da unten weiter. Lauf! Ja, klar, ey. Nur am Drängeln, du Arsch. Na komm schon. Oben, oben. Ah, den hat man doch kommen sehen. Warum ist da denn keiner gewesen? Der geht ins Aus. Gut. Da haben wir eine Sekunde, um uns wieder neu zu sortieren. So, komm weg damit. Jetzt spiel nach unten. Und, ah, unten, unten, unten. Okay. Okay. Yo, alles klar. Das ist wieder kein Foul, ey. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt wieder kein Foul gewesen wäre, ne. So, okay. Wir spielen einfach mal schön nach vorne. Na, ein bisschen zu weit. Ah, shit, ey. Den habe ich fast bekommen. Aber halt nur fast. So, der spielt ihn hoch. War ja abzusehen. Trotzdem hat er den immer noch. Jau. Okay, ins Aus. Immerhin. So, ein Wurf. Sehr schön. Komm schon, lauft jetzt mal ein bisschen wieder. Jetzt will ich euch mal wieder ein bisschen hier, ein bisschen ackern sehen. Nein. Ah, das ist doch nicht wahr. Shit, shit, shit. Komm schon, komm schon. Er spielt nach unten. Yo. Aber, oh, warum bleibt ihr denn nicht am Ball dann? Alter, was ist das schon wieder für eine Scheiße? Torwart, Rufier, mach keine Faxen, bitte schön. So, okay. Jetzt können wir hier mal ein bisschen in Ruhe durch. Was ist da oben? Warum? Ah. Wozu drücke ich denn extra nach da ganz oben? Damit die da nicht hinspielen. Okay, das wird jetzt gefährlich. Aber nicht, wenn er so spielt. Ich hätte nach oben geflankt. Und da ist nämlich jemand mitgelaufen. Aber es gibt Ecke. Und Ecken sind nun mal gefährlich. Das letzte Tor fiel auch nach einer Ecke. Und die Gefahr ist immer noch nicht gebannt, Leute. Die Gefahr ist auf jeden Fall noch nicht gebannt. So, jetzt vielleicht mal. Jetzt vielleicht mal wieder das Spiel schnell machen. Ja, sehr schön. Den kriegst du nicht mehr. Ne. Da kommt er nicht mehr hin. So schnell ist er dann doch nicht. Da müssten wir so einen Elgero, Elia haben oder so. Irgend so einen kranken Typen, der rennen kann. Als ob es irgendwie hier die Zombie-Apokalypse hinter ihm ausgebrochen ist. Ja, sehr gut. Den habe ich kommen sehen. Deswegen erstmal schön den Abstoß rausgeholt. So muss es sein. Und dann kloppen wir den Ball nach vorne. Die 82. Spielminute bereits. Also, wenn wir jetzt nicht allzu viel Scheiße bauen. Nein. Oh, kacke. Da habe ich schon gedrückt gehabt. Leider. Ihr kennt das Problemchen. Naja, komm schon. Der wird nach unten spielen. Nö, der versucht es durch die Mitte. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Moment. Aber, ah. Komm schon. Bleib da dran. Nur weil der da rumtorkelt, muss der nicht aufhören. Auf einmal irgendwie. Okay, Moment. Das ist mir jetzt zu blöde. Oh, sehr schön. Erst läuft er wie bekloppt. Und dann. Na, komm, 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 komm. Und, ah. Das ist aber auch dreist gewesen, wie er mich da blockiert hat. Der wird gleich bestimmt nach oben rennen, jo. Na, komm. Die Zeit spielt übrigens gegen dich, mein lieber Freund. Das weißt du, ne? Oh, vorne. Lauf, lauf, lauf. Nein, das gibt es doch nicht. Wow. Okay, komm, komm, komm. Warum schießt du nicht? Alter, meine Spieler. Jetzt zieh einfach mal ab, halt, ey. 90. Spielminute. Vier Minuten lässt er nachspielen. Der ist doch parteiisch, ey. Der ist doch gekauft. Was haben meine Spieler denn da jetzt wieder gemacht? Wieso legt er sich denn da einfach hin? Oh, man weiß es nicht. Okay, zack. Wieder auf Angriff umschalten. Und oben. Und oben. 489 Münzen. Da hätte man noch mal ein bisschen mehr geben können, finde ich. Aber hey, Leute, die drei Punkte, das ist eigentlich das, was zählt. Wir haben noch sechs Spiele Zeit, um sechs Punkte zu bekommen, um den Abstieg zu entgehen. Über die Meisterschaft und den Aufstieg müssen wir gar nicht reden unbedingt. Da kann ich mich auch noch mal in der Liga hier ein bisschen, äh, ein bisschen, ja, festigen, sag ich mal. Und mir vielleicht noch ein paar Spieler holen, um dann noch mal richtig anzugreifen. Na gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.